Also, hallo, ganz kurz, bezüglich dem Alligator 1024, Aiblali, Victor, Ali, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber du bist ein ganz netter Typ, ich könnte mir echt vorstellen, dass du, ich könnte mir echt eine Beziehung mit dir vorstellen. Alter, wenn du das siehst, dann sieht es aus, Alter. Also, jetzt müssen wir das kurz hier, zum Beispiel der ganzen Sache, wir, zum Beispiel, ich, der Malio, ich, mein Bluder, der Malio, mein Cousin zweiter Gladys, Kuku, und unser Bluder, der Claire, der Sokul, der Ahmed, der Ahmed, Wir danken uns recht herzlich, für eure Unterstützung, möchtest du auch noch was sagen dazu? Ähm, nee, ähm, ich bin gerade mal so bier, tut mir leid. Also, okay, also, na dann, mit freundlichen Grüßen, Malio, ähm, Malio Pilzinger.